Meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu einer Runde von Rocket League! Junge, einfach Maxify Intro auf Wispus stellt. Maxify hat gefragt, ob wir eine Runde Rocket League spielen wollen. Ich habe gesagt, ja, lass uns aber lieber in meiner Folge ein bisschen trainieren, damit ich in deiner nicht so ablose. Zwanglos, wir machen es schon kompetitiv. Jetzt direkt? Ja, hä? Okay. Junge. Kurze Aufklärung, ich kann kein Rocket League. Bitte haben ein bisschen Nachsicht. Haut gerne ein paar, das ist jetzt, das sind echte Gegner. Ja, das sind echte Gegner. Oh, warte, es ist noch ein bisschen zu laut, Maxify. Ich bin kurz, warte, fahr mal. Ja, ich hab's jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ah ja, ich bin, spiel rüber, spiel rüber, ich mach den Turbo. Tief. Bam! Oh! Oh! So, Muttersack. Oh, guck mal, dieser Pass, Alter, oder? Komm ich. Also, ich hab, in einem Video habe ich schon mal Rocket League gespielt. Ansonsten gar nichts. Und jetzt Turbo zünden. Ich mach. Hol den dir. Der fährt nicht raus, und dann kriegst du rein. Oh, Alter, Vorsicht, er hat abgewickelt. Ja, ich mach, ich mach. Ah, er hat mich, er hat mich fascht. Oh, der kommt wieder aufs Tor. Oh, oh, nee. Oh. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bist du? Ja, hier hinten. Oh Gott, oh, der geht, der geht, der geht. Ich probiere ihn wegzunehmen. Alles gut. Alles gut. Ah, jetzt mal. Ja, schieße ihn rein. Schieße ihn rein, Maxify. Oh, natürlich. Oh, nein. Alles gut, der geht nicht. Oh, fassen. Was macht ihr denn da oben alle? Wir sind rumgeflogen. Oh, oh. Du bist allein jetzt hinten. Ja, ja, es ist egal. Ich bin toll. Ich mach, ich mach, ich mach. Nein! Warum wäre ich so schnell? Es tut mir leid, Maxify, ich hab dich enttäuscht. Der war so schnell plötzlich. Oh, ja, 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 ja. Eindruck? Verloten! Du hast einfach nur so gereinigt. Ich dachte, der springt da so ab. Guck mal, da fahr ich, da fahr ich. Und dann dachte ich, dass er an meinem Hinterkopf wegprallt. Oh, Mann. Okay, ja, sorry. Ich war überraschig von dem Tausch, das ist von dir. Wir schaffen das aber noch. Ja, ja, okay, okay, okay. Genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Flieg, 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 Maxify. Oh, sehr gut. Komm bitte ein bisschen. Ja, ja, ich wollte in die Mitte kommen, aber dann... Ich treff nie. Ich treff den blöden Ball nicht. Maxify! Oh! Oh, er hat ihn fast gehalten. Die Hälfte ist ungefähr rum. Okay, meine Damen und Herren, jetzt spielen wir ernst, okay? Ernst spielen? Oh, ja. Oh, sehr geil. Oh, ho, ho, ho. Der war geil. Jetzt komm, Junge. Mach ihn rein. Kein Boost mehr. Ja, ja, dann spielt Notfall zurück. Ich bin da. Ja? Ja, 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 ja. Ich antizipiere den. Ich hab mich geschuckt. Ja, er hat ihn abgelenkt. Jetzt in die Offensive. Jetzt gehen wir in die Offensive. Ja, nach Ruder. Oh, da hab ich den Ball. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn nochmal. Ich hab ihn hochgespielt. Oh, sehr gut. Ah, ich hab ihn nochmal hochgebracht? Ja, ja, alles gut, alles gut. Ach, komm. Ah, ich bin drunter durchgesproken. Ich hab das noch nicht so raus mit dem Springen. Sag mal, wie? Du tippelst den. Du fliegst ja mit dem Ball. Oh, was war das denn? Alter. Du bist mit dem Ball einfach so längst... Oh, oh, nein. Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich bin noch da. Nein. Oh, wie schnell. Das sieht nicht gut aus für den ersten FC Paluten. Obwohl sie ihren Starspieler Maxify eingekauft haben für viel Geld. Die liegen 1 zu 4 zurück. Maxify, das... Ich mach jetzt. Bam. Der geht. Ah. Er hat ihn abgef... Oh, der ist gut. Maxify, aufholen, der hat jetzt 40 Sekunden noch. Jetzt müssen wir ballern. Okay. Bam. Schön, schön. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, wie ich den manchmal so vor mich hertreib, weißt du? Das ist jetzt meiner. Bam. Oh, schön nach vorne. Ach so, ich springe und dann mach ich den Turbo. Ah, so fliegt ihr immer. Maxify, 13 Sekunden noch, komm. Ich probiere. 13 Sekunden, wir machen das jetzt. Kein Druck, ne? Einfach nur Turbo-Boost. Okay, ich mach einen Haar-Flip, Paluten. Ich mach, ich mach, ich mach. Oh, nein. Es sind nur noch 5 Sekunden. Ich hab einen Boot. Drei, ja, ich weiß, das... Nein, drei, zwei, eins. Ich komm, ich komm, ich komm. Verluten, Verluten. Ah, nee. Das war meine Chance. Ich hätte zum Champion werden können. Ey, das sind Diamant-Gegner sogar. Warum sind die denn Diamant? Was ist Diamant? Das ist schon... Ich kenne das aus... Bronze, Silber, Gold, Platin, dann kommt Diamant, Champion, Grand Champion. Ja, aber warum haben wir denn Diamant... Ah, ist das Rückgeld? Oh, jetzt noch ein Spiel, irgendwie. Aber warum haben wir so einen... Haben wir wegen dir so Gegner? Ja, also, es ist halt nicht mal mein Account richtig. Aber es sind eigentlich nicht mal so gute Gegner. Komm, Mitte. Oh, 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 der spielt den aber... Ah! Oh ja, ich hab ihn, glaub ich, abgewehrt. Jetzt! Oh, wie konnte ich den denn nicht machen? Der war doch perfekt, Mann! Da fliegt... Da kommt jetzt Maxify. Oh, oh, oh! Der geht drüber, Alter. Ja, aber jetzt. Ah! Ich hab ihn dir aufgelegt. Schöner Fall! Maxify! Geiles Ding, Junge! Geiles Ding! Alter, wenn du da... Wir gehen lassen eigentlich schon recht hoch, aber wir schaffen das trotzdem irgendwie. Das wär gut. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wir oder du, aber das ist kein Problem. Das war dein Pass gerade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war ein Weltklasse-Pass. Oh, Alter, wie du da fliegst. Jetzt komm ich, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Ah, ich hab ihn zumindest abgeprallt, dass er wieder zurückgeflogen ist. Oh, und dann. Ah, ich hab da so... Oh, er war mein erster Schiff, oder? Ich hab Angst im Tor! Ich hab so ein Vorsicht, Maxify! Oh, Alter, wie du den gehalten hast. Weltklasse, Junge. Weltklasse. Oh, der hat vorbeigesprungen. Das ist deine Chance! Ich schieße! Maxify! Ja, komm, 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 komm! Das ist ja völlig intensiv. Oh, guck, wie ihr das beleidigen! Okay, was soll denn das jetzt? Brudis? Mach doch jetzt mal, mach doch jetzt mal nicht diesen. Warum flamen die uns? Ich hab hier halt Maxify am Start, Alter. Was holt ihr denn? Wenn ihr den Ball halt nicht reinmacht, ist das euer Problem. Ja, ist ja echt so. Kann ich ja nix für. Oh, ja, jetzt kommt Paletto. Oh, Maxify! Ich hab's auf Kamera. 3-0. Guck mal, wie du da dran fährst, Alter. Und dann gönnst du dich. Kaputt machen. Oh, ne, passt. Oh, das ist ja fast ein Eigentor. Ah, Mist, der hat den Booster geklaut. Ich hab gerade keinen. Nein. Verluten, der kommt zu dir. Ja, ja, ich komm, ich mach. Hopp, ich hab ihn abgewehrt. Schön getapet. Ich hab ihn abgewehrt. Schön. Und jetzt nochmal auf. Ja, 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 ja. Ja, ich muss mit diesen Boost. Ich bin da... Oh, 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 oh. Ne, 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 ne. Nicht mit mir. Ah, doch. Doch mit dir. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Komm, Paletto. Wie hat die... Wie haben die denn dann noch immer so viel Boost? Haben die jeden Boost, den sie kriegen kann, glaub ich. Ah, ja, ja. Ich hol mir den... Ah, der hat sie mir den geklaut. Ich hab ihn aber... Ja, ich hab ihn abgewehrt. Ah, Vorsicht. Oh, sehr gut. Sehr gut. Der geht. Den machst du, den machst du. Ja. Junge, jetzt werden sie wieder flamen. Ja, die haben aufgegeben. Junge, Ragequip. Was wollt ihr denn? Sind die Gegner zu schwer? Ein bisschen, oder? Ne. Ne, wenn ich sie verhalten bin. Ich hätte nur noch einen Account, der noch nicht einmal gespielt hat. Aber dann könnte man, glaub ich, kein Ranked spielen. Sagen wir es mal so. Ich finde das gut. Wir machen jetzt nochmal ne... Da bleibt mir die Stimme. Mach nochmal ne Runde. Weil ich muss ja auch lernen. Es bringt ja nichts, wenn wir Leute 10 zu 0 wegflexen, weil du halt so übertrieben krass bist. Ich finde das schon gut, weil so lerne ich. Es sagt mal so, wenn die Gegner schlechter, würde ich mich noch mehr zurückhalten. Ach, spiele einfach. Weil guck mal hier, ich hab 112 Punkte gemacht. Ich hatte tausend. Ja, vielleicht, Leute, wenn ihr Lust habt, auf mehr Rocket League, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ja, ich geb direkt Gas. Oh, Palun... Schön. Uh, der ist vorbeigeflogen. Wie, der ist wie ich? Oh, nee, doch nicht. Ich hab hier Notfalls den Wusten. Ah, Palunsten, du bist alleine hinten gerade. Ich bin im Tor, ich bin im Tor. Ich bin im Tor. Oh, schön, Maschine. Wenn du den jetzt nochmal gegen die Wand botzt, ja, ja, dann bin ich da. Dann bin ich da. Ja, wo bist du? Oh, ich hab ihn noch. Ich hatte noch fast den Schüssel rein. Oh, komm drunter. Ja, ja, ich bin fast drunter. Oh, 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 da kommt der Ball. Da kommt der Ball. Ich hab ihn abgewehrt. Ich hab ihn hier rüber gespielt. Ich bin da, keine Sorge. Keine Sorge, ich bin da. Ja, hau ich hin, hol in dir. Ja, 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 warte. Er schießt ihn jetzt. Ich warte auf den richtigen. Ja, antizipieren und zack. Ah, guck mal, hab ich ihn abgenommen. Ich muss kurz drehen. Oh, der kommt aber schon wieder. Ja. Und da bin ich da. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schieß ihn, schieß ihn. Ich stehe, ich stehe zweite Reihe. Zweite Reihe bin ich da. Oh, oh, oh. Oh, ich hab vertackt. Ah, jetzt, aber da kommt Paleno. Nein! Nein! Nein, Maxi, fang! Ich bin nicht da, ich schaffe nicht. Aber alles gut, wir schaffen es nicht zu schaffen. Okay, alles gut. Ja, tu mir leid. Ja, das tu mir leid. Da bin ich, hab ich, das war mein Fehler. Nein, Fehler müssen gemacht werden, damit man daraus lernt. Das stimmt, ja. Direkt hinboosten. Ja, hab ich, ich hab ihn deflected. Ah, der hat sich jetzt den Turbo umdeckt. Komm, geh rein, geh rein. Ja! Geiles Ding, wir sind frei. Oh, Mann, dass die denn immer, ich war doch als erster da. Ich hab keine Finger. Hab ich. Hoch, der geht. Oh, der war, der war zumindest schon mal, hatte der. Ja, ein bisschen Schwung. Oh, guck mal da. Jetzt, komm. Oh! So, 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 geiles Ding. Okay, Palo, ich bin links. Ja, ja, ich, ja, ja. Palo, du fährst ja gar nicht hin. Doch, ja, ich hab ihn jeden abgewehrt. Ich wollte mir so einen Booster suchen. Ah, ja, hier ist so ein Booster. Damit ich, damit ich jetzt, warte ab. Da komm ich nämlich jetzt. Bam! Oh, der wär drin gewesen, Junge. Der könnte ein bisschen gefährlich werden. Ja. Ah, ich hab ihn leicht, leicht abgefälscht. Oh. Ah, ist doch nicht geflogen, Gott sei Dank. Ich bin grad, ich bin grad maximal useless. Ich muss mir einmal so einen Turbo-Boost suchen. Kein Booster, hab keinen Booster. Er geht daneben. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab ihn, ich hab ihn. Du machst das, okay, ich hab keinen Booster. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Geht's nochmal? Ah, hat er abgewehrt. Oh! Oh! Geiles Tor, Alter. Drei zu eins, das schaffen die nicht mehr. Du müsst jetzt defensiv spiel, Maxify. Oh, die haben aufgegeben. Die haben aufgegeben. Boom! Jetzt bin ich Gladiator. Ach so, ja, es geht doch. Noch eine Runde, Leute. Noch eine Runde. Zack, Alter. Ich weiß, ich bin nicht so gut. Aber habt ihr bitte einfach mal so... Au! Ah, ich bin wieder da. Oh, wer hat Führung? 1-0. Sehr gut. So, ich... Ah, nee, warte. Ich versuch hier Torwart zu machen. Ja, du machst Torwart. Ich gehe hier nicht hin. Warte, warte. Warte. Zack, abgewert. Ich war da, ich war da. Und ich bin wieder da. Ja, sehr gut. Oh, 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 oh. Da kommt doch sein Freund jetzt. Ja, es ist kein Problem. Der geht nicht, der geht nicht. Oh, habe ich ab. Habe ich. Jetzt Panukleiner. Wir gehen nach vorne. Ja, ja, warte. Ich mach, mach. Ja, ja. Hopp. Alles gut, hab ihn. Ja, ja, genau. Ich spiele nach vorne. Jetzt aber auch Panukleiner. Oh, Posten. Ja, die sind gut, ne? Die sind gut. Ah, ja, die sind gut. Und warum bist du... Wie ich kann... Ich bin auch kaputt gegangen. Ich bin auch kaputt gegangen. Weil du... Der eine schuss mich die ganze Zeit weg. Ja, ich kann doch nichts machen. Die wissen... Nein. Ich kann nicht weg. Ich schuss die ganze Zeit. So eine doofe Ziege. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Aber jetzt... Die Gegner werden immer besser, wenn wir gewinnen. Wo ist deiner? Ach so, ja, ja. Mach ich, mach ich, mach ich. Ach, oh, der hat mich gut weggeboostet. Oh, oh, ja. Ja, ja, den hat er nicht, den hat er nicht. Oh, doch hat er. Oh, ja. Oh, ja. Da kommen die nicht mehr ran. Oh, da kommt er leider doch ran. Deiner, Falouken? Oh, okay. Ja, ja, der hat ihn so hoch. Ich komme immer nicht so an die Wände ran. Oh, ja. Ja, 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 ja. Warte, ich werde jetzt auf meine Chance warten. Oh, jetzt, jetzt. Jetzt deiner. Ah, mich flieg hat es noch nicht ganz gut. Ich habe mich auf den Kopf gedreht, ja. Falouken, jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Ja, ja, nee, nee. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich bin hier hinten. Ich bin hier hinten. Ich vertraue dir. Du musst keine Angst haben, Maxify. Okay, jetzt hol ihn dir. Ja, ich hole ihn hier. Zack. Mann, dieser Ball, den trifft man. Der ist untreffbar. Ja, ja. Warte, warte. Er ist ein bisschen schwer gegen zwei gerade. Ja, ja, warte, warte. Ich bin da. Ja, ja. Kein Problem. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich treffe den Ball nicht so richtig. Ich komme da nicht so richtig ran. Okay, ich bin jetzt bereit. Ich bin bereit für den... Ich bin auf der linken Seite. Versuche uns so abzupannen, dass er nach links fliegt. Ja. Ja, schön. Mein Problem ist, ich habe immer nicht so viel... Oh! Der kriegen einmal nach links fliegt. 1 zu 1. So muss das sein. Den hätte er aber kriegen können, glaube ich. Ja, da hat er... Oh, ja. Er ist daneben geflogen. Wie kann man daneben fliegen? Er hat keine Ahnung. Schlecht, wer daneben fliegt. Hopp. Oh, abgewertet. Schön gehalten. Ja, ich sehe mich auch mehr als Torwart. Also, ich hole mir jetzt den Booster hier. Oh, den hat er vor mir? Ja, jetzt habe ich den Booster. Da ist alles gut. Ich habe keinen Booster. Ah, schade, schade. Aber es sind noch eine Minute... Oh, der hat mich kaputt. 1 Minute 30. Das können wir noch nicht schaffen. Ja, ja, alles gut. Wir führen doch 3 zu... Ah, nee. Doch. Doch, wir führen. Du fährst wieder hin? Ja, ich bin auf der rechten Seite. Jetzt holen wir wieder nach rechts. Ja, ja, mache ich. Zack. Das ist links. Ah, ich wusste, ich hatte so eine Schwäche damit. Au! Oh ja, oh ja. Er kommt schön nach vorne. Das ist nur deiner. Ja, ja, es ist in Ordnung. Ich warte ab, wie er ihn jetzt spielt. Und dann antizipiere. Ja, der kommt zu weit. Ich stelle mich vorne hin. Noch eine Minute. Nein. Da muss doch mal so... Da kriegst du ihn? Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ah, ich bin drunter durch. Es tut mir so leid. Ich fühle mich so nutzlos. Aber ja. Hab ihn. Tor! Ah, Paluten, ich wurde weggekippt. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, wunderschön. Das war gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht, oder? Hätte ich den Tasch gerade nicht gemacht, hätte ich glaube ich ein Tor gemacht. Und wieder nach vorne gespielt. Jetzt mache ich mein erstes Tor. Mein erstes Tor. Boah, der Schuss war schön. Okay, 13 Sekunden. Ich habe auch noch kein Tor gemacht, oder? Oder? Nee, aber eine Torvorlage. Habe ich nicht das erste Tor gemacht? Nee. Nee. Fahr du drauf. Ich kann mit dir mit, okay? Hopp. Oh, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Das ist, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich versuche mal, äh, nach rechts spielen. Fahr du nicht auf, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das ist Berlin. Das ist es. Jawoll. Gewinner Blau. So, Leute, jetzt ist aber Ende Gelände mit Rockleague hier für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt, schaltet auf jeden Fall ein Like rein. Wir nehmen jetzt auch für Maxify noch eine Runde auf. Deswegen schaut der Maxify vorbei. Er ist verlinkt. Das wird sehr spannend, Leute. Er hat mir jetzt warm gespielt. Ähm, ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye.